Und dann da hinten ist die Nummer 3. Na, freust du dich schon? Ich freue mich auch. Und du bist tot. Bam! Ins Gesicht. Alles klar, dann gehen wir mal hier runter. Und hier ran. Und dann gehen wir hier hoch. Ganz gechillt. Und auch da runter auf der anderen Seite. Und dann ziehen wir mal hier dran. Ja, Frauen brauchen etwas länger. Naja, das hast du gesagt. Double time, go go. Sie kommen. Ich weiß. Okay, das ist gut, das ist gut, geh. Du könntest. Genau. Du hast etwas auf deiner Schuhe. Ups. Meinst du, kann ich die Schuhe jetzt noch umtauschen? Okay, ich habe einen Brand neu. L3. Ja, ich weiß, dass da eine Workbench ist. Danke. Die ist so groß, die zu übersehen fällt einem eigentlich schwer. Würde ich jetzt meinen. So, Pillen, meins. Dankeschön. Wie hast du gesagt, du bist irgendwo, wo du nicht würdest, um einen Infection in der Zone zu finden. Ja. Haben wir hier irgendwas Nützliches? Noch? Ne? Schauen wir mal, was kann ich denn für die Pillen alles jetzt schönes nehmen? Erweitert den Rad erst das Launch-Modus. Das ist ganz nett. Reduziert Fertigungszeit. Das ist nicht so nett. Ich nehme das her. Danke. Ich hatte meine Wände. In any way, eine dieser... ...weil der Warners... ...eine... ...bitt mich. Und... ...wann war das? Ich sehe. Gab sie schon ein Werkzeug oder gab es das erste Stück später? Das gab es erst später, ne? Na komm. Ich hoffe, sie ist okay. Ich hoffe, sie ist okay. Das ist alles nutzlos. Das brauche ich alles nicht. Danke, ciao. Dann behalte ich mal die Materialien lieber. Ne, ne. So einen Mist brauchte mir hier nicht an. Danke schön. Ist vollgeladen. Er ist nix. Ne, auch nix. Auch nix. Mal hier öffnen. Was haben wir hier Schönes? Scheren. Nochmal was. Nix drin. Noch ne Tür. Guten Tag. Und dann die Tür wird wieder zurückführen, ne? Ja, da bin ich wieder hier, wo ich schon mal war. Sehr schön. Hallo, Vase. Und dann mal hier hoch. Oh, hier. Warte, warte, genau. Da hinten gab es was. Oh, Scheiße. Sorry. Sorry, das war mir. Tess. Sorry. Komm, steig nahe zu mir. Seid doch mal leise. Gibt's ja nicht. Meins. Ach, kann ich hier nicht auspacken. Schade. Das ist richtig fies versteckt eigentlich hier, ne? Kann man so sagen. Ach, nee. Will ich nicht, danke. So. Oh, guten Tag. Was ist dieses Ort? Ein altes Museum. Einige dieser Dinge sind hundert Jahre alt. Echt? Oh, da gibt's was. Noch mehr Scheren. Oder Scherenteile. Hier, äh, jetzt glaube ich weiter. Oh, Scheiße. Aber wo hier komme ich? Na gut. Das sind Sachen, die ich nie machen würde, ne? Also. Ich bin alive. Ich mache meinen Weg um. Schau, sie sind hier. Tess? Ruh, ruh. Mehr Klicker. Ja, ja, vor den Viechern gibt's genug. Ähm. Da, Tür öffnen. Und da lang. Oje, das war vielleicht ein Fehler. Oje, das war vielleicht ein Fehler. Ei, ei, ei. Nichts umstoßen. Beruhig dich. Hier ist nix. Rührst deine Kollegen auf, wenn du es fressen willst. Aber nicht mich. Warte, 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 hier gab's doch noch irgendwo. Äh. Hau ab. Ich weiß, ich weiß, dass ich nicht durch die Tür will. Ich hab irgendwo der Tür übersehen. Wo war denn die Tür? Oh je. Oh je. Spieß mich nicht drauf. Ach, hier. Tess. 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 Meine Herren, könnt ihr nicht einfach das machen, was ich will? Ist das zu viel verlangt? Beste Watt. Ah. Haha, du bist so dämlich. Du dämliches Vieh. Jetzt mach auf hier. Aber ganz schnell. Schneller. Ich hab nicht ewig Zeit. Kannst du zumachen? Nee, ne? Also da würde ich die Tür schon zumachen. So, ich persönlich. Das wäre vielleicht ein klein wenig sicherer. Einen Stock höher? Habt ihr was für mich? Nee. Schade. Also das Konzept von der Holztür hat dir noch niemand verraten, ne? Ach Gott, hey. Gib doch mal Ruhe hier. Was geht denn da drinnen ab eigentlich? Leute, da unten sind Klicker. Jetzt seid doch mal ein Stück leiser. Ist doch Wahnsinn hier. Nein, ich hab grad keine Lust. Tut mir leid. Hier gibt's sicher Zeug für mich. Ist hier eine Tür? Nee. Komm. Oi, moin. So, der Trick ist hier. Es ist ein ganz, ganz fieser Trick, mein Siegelstein. Man kann hier nämlich theoretisch die NPCs alles machen lassen. Hallo? Komm mit mir, Bro. Wo ist er denn? Hier. Bam. Ins Gesicht. Du bist tot. Und du auch. Und. Recht. Dankeschön. Eine Flasche für mich. Ich glaube, du bist auch tot. Und hier. Einfach Karate und ins Gesicht. Da kommt immer mehr Leute. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Was ist der Plan? Lass mich hier weg. Da ist einer direkt hinter mir. Hallo? Und hier. Und zack. Und rechts und links. Und dann nochmal rechts und links. Und bam. Auf die Bretter. Und du auch noch. Dankeschön. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Da habe ich alle fertig gemacht, ihr Noobs. Ah ja. So ein bisschen Action tut schon gut, ne? Nicht immer nur hier rumschleichen und Angst haben und was weiß ich. Ne. Einfach mal ordentlich draufhauen. Das ist befreiend. Das braucht man zu abwechseln. So. Und dann hier raus. Warte. Da war was. Da war was. Stopp. Halt. Stopp. Ich will da durch. Ne. Das war nur der Ziegelstein. Tut mir leid. Falscher Alarm. Hab mich. Ich kann mich auch irren. Tut mir leid. Was? Stopp. Jetzt. Ich geh doch weg hier. Hier vielleicht noch was. Oh, ich könnte in den Tod springen. Das klingt doch irgendwie verlockend. Ne, komm. Weiter hoch hier. So. Schöne Aussicht, ne? Wir haben auch ein kaputtes Gebäude, gefolgt von einem kaputten Gebäude. Und ein kaputtes Kapäude. Ein kaputtes Kapäude. Und hier haben wir noch so ein Ding. Ach. Guck. Da waren wir vorher auf der anderen Seite, ne? Irgendwo da hinten waren wir. Und dann haben wir hier noch mehr kaputte Gebäude und alles wunderbar. Und hier haben wir ein Brett. Ich weiß, da neben mir war auch schon ein Brett, aber das habe ich jetzt einfach gekonnt, ignoriert. Weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Es ist schon wieder so eine Sache, ja? Die ich niemals machen würde. Aber niemals. So ein kleines, dünnes... Ich meine, schau da an, wie die... Das ist nicht sonderlich dick, ne? Dann lege ich das hier drauf. Und dann... Weißt du... Dann soll man da drüber klettern. Ne, ne. Ne, ne. Und ich meine... Schon bei ihr staubt es wie sonst das, ne? Ne. Oh Gott. So, ist das alles, was du für das hohen hättest? Die Jury ist noch nicht raus. Oh Mann. Ich kann das nicht wahrnehmen. Komm her, hier. Hey, hol es. Ja, jetzt mach doch keinen Stein. Ich will die Aussicht genießen. Hast du mal... Ich bin immer in diesem scheiß kaputten Gebäude. Und jetzt kann ich dich auch mal von außen sehen. Jetzt lass mir doch mal Zeit hier. Immer der Stress mit diesen... Ich muss weiter und da ist ein Firefly-Zeichen und wir müssen und... Dann bricht die Leiter hier gleich ein. Zumindest zieht sie so aus, als würde sie das. Jetzt sieht es doch viel freundlicher aus. Hier gibt es Sonne und... Gras und... ganz nix. Stacheldraht. Stacheldraht ist immer richtig. Das verleiht dem ganzen Design so einen gewissen Touch. Es rundet den Sonnenschein mit dem Gras und den Blumen. Das rundet das Ganze so ein bisserl ab. Es ist so ein Kontrast zu den Blumen, dieser Stacheldraht. Wenn du weißt, was ich meine. Hier haben wir... Magnetion und eine Notiz. Was, wenn wir da kommen und da sind alle tot? Sie werden nicht. Aber wie weiß ich... Ich mache es nur. Schau, es wird alles gut sein. Okay. Es muss sein. Warte, 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 warte. War hier irgendwas... Habe ich hier... Hm. Habe ich hier vielleicht... Etwas übersehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber... Egal. Du willst hier hoch, ne? Hallo. Sag, dass du da hoch willst. Ich weiß, dass du da hoch willst. Guten Tag. Muss ich dich extra da hinschieben? Ähm. Hallo? Ach, genau. So war das. Dann mal hier hoch.